hallo allerseits ja ich kann jetzt seit ungefähr knapp zwei monate die insta 360 pro und gut so viele videos habe ich noch nicht damit gemacht aber was mir jetzt bei meinen videos aufgefallen ist ja hier ich hoffe die hans gesehen oder gehört machen wir hier die timeline ein bisschen gräser kriege ich doch alles rennen am anfang von der sequenz hier die erste wir sind das 20 100 still sekunde oder sowas 20 100 still sekunde ist ketondo bei der insta 360 es pro aber hier am end achtet und das ist nicht nur bei dem clip so das ist auch bei dem clip hier sogar die pause länger man ziehen wir mal vergleichsweise vorne hin oder ob das immer nächstes gleich okay ja auf jeden fall bei der insta 360 es pro fehlt am anfang und am schluss ton wie ich jetzt hier von let's show von der dji osmo action 3 video holle zu viel lauter aber hier sind wir tun ausfall am anfang und ach ton ausfall am ende also warum geht es bei der insta 360 es pro warum ist so am anfang und am schluss ton ausfallen in der gesehen haben bei der dji osmo action 3 ist das nicht bei meiner sony zvn ist das acht nicht ich glaube nicht dass das damals bei der canon gsw x mark 2 war nur bei der ex pro ist fällt natürlich auch sehr oft ich habe jetzt hier die kerbe clips einfach nur hintereinander gemacht gehabt aber wenn man dann zwei clips macht am ende von dem clip ist der ton weg am anfang von dem clip ist der ton weg das fällt halt doch schon auf wenn die ganze zeit musik ist und dann ist plötzlich kein musik doch ja ich wissen ob ich allein mit dem problem bin sei nicht moll oder ob das auch noch andere leitern ich habe ein paar im inter 360 es pro besitzer angefragt ja aber die machen zum deal wanner videos da fällt das gar nicht so auf wenn sie sich in der natur gehen und es eben nicht so laut gesatz zu einer kerbe musik aber ja auf jeden fall an die das anscheinend mit oder so müssen wir gucken ob es ist an wenn die meinte ach dieses problem hat problem ist es ja nicht aber es ist halt ungewöhnlich dass die tone direkt mit der videoaufnahme kommt ja das wollte ich eigentlich wo mittele kenne man noch gucke ob es vielleicht bei was anderem anders da ist moment ich gucke mal so ich bin jetzt in einem anderen ort das waren die aufnahme von dem dach mit und empfing gerecht wo ich mal zum globus in neinkai war ok da fängt es am anfang mit ton an man hat jetzt hier acht nicht so die lautstärke drin das sind habe ich hier vielleicht irgendwo noch im video haben die sequenz wo es vielleicht anders da sind hier sind wir zwar kein ausschlag aber ich denke ziehe ich mal das store video noch her das ist nämlich vom fahrer ach moment ok hier beim fahrer fährt es am anfang ach und am schluss ok es war also auch schon beim fingreiche video sehr seltsam oder seit bei der anderen sequenz kann ich nicht hundertprozentig sagen weil das gesprochene wort ist ja doch sehr leise im gesatz zu fahrtwind oder so ich meine hier etwa von anfang an was gehört ob das mit der lautstärke zu tun hat die auf die kerb vorhanden war hallo hier würde ich auch sagen dass es ganz bis zum schluss geht ich glaube es ist jetzt hier ach vielleicht ist bei der normalen sprachaufnahme vielleicht ist dort der ton doch am anfang und am ende nur wenn es ein bisschen lauter ist scheint so zu sehen interessant oder so Vielen Dank.